So Da sind wir Hier auch wieder Schön in Ein Augenblick Ich glaub ihr geht wieder nach links Auf die linke Seite hab ich gehört Da ist ein bisschen weniger los So Das ist schön Damit ich weiß Welche Namen ich in den Bild werfen muss Wie gut ist das denn Jäger Notizen zeigen Hä Ja Was meinst du die ganzen Monster jetzt alle oder was Ja Okay Ich kann hier mal kurz Durchgehen und das war's dann auch schon Ja Ich weiß ja jetzt eh schon ein paar wenige Zusätzlich Außerdem ist ja nicht so dass der offizielle Monster Hunter Kanal Auf Twitter irgendwie dauernd gerade zur Zeit täglich Monsters äh spoilert Das ist toll Einfach mal Trailer von den Monstern raus ballern Hä und ich denke mir so was soll die Scheiße Okay Ja Egal Beschaden das Griffel Ja das sowieso auch Ja Das haben sie auch vor kurzem gezeigt So ja auf jeden Fall Ja wir sind wieder hier Monster Hunter Mein Ja Ja Und ich glaube ich habe auch mich dafür entschieden Wenn ich wieder online spiele Nicht maximale Also nicht auf vier Leute zu gehen Das war voll lustig und das hat voll Spaß gemacht Aber im Nachhinein jetzt so Denke ich mir Boah das war eigentlich zu viel Das war eigentlich viel zu viel Gewusel Weil quasi ist man ja dann zu acht Weil jeder noch seinen Palamut hat Man drescht nur noch stumpf zu acht Auf das Monster ein Das ist nur noch ein stumpfes draufgeholze Das ist eigentlich gar nicht mehr so witzig Das arme Monster Und da geht eigentlich das taktische Vorgehen auch komplett verlöten Apropos taktisch Ein wunderschön guten Abend Taktiker Das ist halt Hm Ich glaube da muss ich noch gucken Vielleicht dass ich maximal zu dritt Oder vielleicht sogar nur zu zweit gehe Weil es ist zu viel Es ist viel zu viel Ich möchte noch eine gewisse Spannung da haben Und die ist komplett weg Wenn du zu acht auf das Monster drauf holst Das ist zwar echt lustig Es hat echt Spaß gemacht Aber da geht ja die komplette Monster Hunter Essenz verloren Was ist das denn? Irgendwie geht das nicht Also irgendwie ein bisschen seltsam Ja ich glaube Da mache ich kleinere Lobbys Es ist sonst ein bisschen doof Wir haben ja alle gar keine Chance mehr Zu viert ist alle Zu viert ist halt eher passend bei größeren Monster Ja aber Ja weiß nicht Ja vielleicht bei richtig fetten So ein Nagakuga oder so ein Scheiß Aber irgendwie Ich weiß nicht Wenn du gescheit ausgerüstet bist Klopft du das nur noch zu brei Schwierig Es ist trotzdem zu acht Ach die Palamuts die hauen ja auch noch mit drauf Ich erinnere nachdem wie du sie eingestellt hast Das ist ja hä? Der hat doch keinen Schwanz mehr irgendwie eine Chance Was denn das? Danke für deine Hilfe by the way Warum eigentlich? Was ist denn hier los? Hä? Erfüllt Achso Hä? Ein Wachschirm Hilf mir dazu Dieser Canyon Kann 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 Ich Arm Was auch immer. So. Ja. Hm? Nagakuga tut mir Solo schon leid. Der quasi selbst gesagt hat... Ja, ich weiß, dass Nagakuga drin ist. So ist es nicht. Das ist ziemlich geil. Einer meiner Lieblingsmonster. Oh, ich liebe ihn. Hm, 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 hm. Was ist denn hier für Zeug drin? Was ist denn da? Schon da los? Oh, oh, Leute. Ich muss Dings ausprobieren, endlich mal, ne? Die Morph-Ax. Habe ich immer noch nicht gespielt, meine Herren. Rex, halt, wunderschönen guten Abend. Mensch, doch noch so viele da. Voll toll. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Wrogibomb. Oh, guck mal, ich kann Giftklingen machen. Und diese Zeug, ganz genau, Machalitärz. Ach, das ist ja witzig, du. Was ist hier los? Wrogi-Gift. Lustig. Hm, hä? Nein. Nicht fair, aber was tut man nicht aus? Ja, Gift halt. Ganz cool so. Jo, keine Ahnung, ob ich die herstellen soll oder so. Ich weiß ja auch nicht. Königs Ludroth klingen. Das ist toll. Wasser, Element Wasser. Wasser bringt mir dies den. Das bringt mir doch noch gar nicht so viel, oder? Was ist denn das? So, was, äh, wenn man hat Morph-Axt. Oh. Fiolentyp Kraft-Fiole. Die Fiolen sind ja dasselbe wie beim Bogen, oder nicht? Ich hab noch nicht Morph-Axt probiert. Nee, noch nicht, leider. In der Demo halt, ne? Sollte ich echt mal ein bisschen spielen jetzt, so allmählich. Oh, wie cool. Knochenbaum. Hm. Knochenbaum. Aha, ja, okay. Die Knochen-Axt. Ganz normal Kraft-Fiole. Alles Kraft, hä? Element-Fiole. Wie Element? Jedes Element? Nee, Schlaf wahrscheinlich, oder? Was hier dran steht. Schweiß ist hier auch nicht. Lagombi-Baum. Wer ist? Die Feti-Basiswaffe. Basis. Basis-Schnasis. Das ist die Knochen? Ja, okay. Craften. Ja? Ja? Rüst es doch direkt aus. Passt schon so. Und dann habe ich hier den Lagombi-Baum. Ja, hauen wir mal rein hier. So, fertig, oder? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Muschelbaum. Uh, uh. Oh, der ist toll. Schlaf. Schlaf ist gut. Element Schlaf, aber Kraft-Fiole. Lol. Traummuschel fehlt mir dazu. Alles klar. Keine Ahnung. Rüstung könnte ich auch mal machen. Die lasse ich jetzt einfach mal. Spielen wir doch mal. Oh nein. Oh, wie groß. Guck mal. Schön. Spielen wir doch einfach mal damit. Gucken wir mal hier rein. Ja, wir haben Randal-Quest. Gar kein Bock irgendwie. So, die Stufe 3 habe ich abgeschlossen. Off-Skill. Das habe ich gemacht. Ja. Machen wir mal eine Vierer jetzt. Und gucken aber von hinten rein. Machen wir mal was Einfaches hier. Zum Beispiel das da. Die beste Quest. Töte 10 Rachnoiden. Ne, machen wir das hier mal. Erjage alle Zielmonster. Fangen müssen wir übrigens auch noch. In der rechten Ecke Azurus. In der linken Ecke Tetranadon. Oh, du bist auch hier. In der Mitte. Du. Klingt gut. Tja, viel Glück. Ich drück dir die Daumen. Ja, okay. Ich werde schon sterben. Gönnen wir uns mal. Gangos. Eine Mahlzeit essen. Was ist denn im Üblichen? Abwehr. Achso. Dango-Wechsler. Achso. Okay. Ah, ja. Erhöhlt Eiswiderstand. Donnerwiderstand. Ja, okay. Machen wir doch das Übliche. Sag nur, was für ein Effekt der Schwertmodus ist. Ja, das weiß ich. Ja, Kraftfriolo erhöht Normalangriff. Nutzt das Element der Waffe und lauf verstärkt auch klein bisschen. Also wirklich? Auf Eis kommt eine Eisfriolo oder was? Nee. Ich gucke gleich mal. Namm. Okay. Dann wollen wir mal aufbrechen. Let's go. Jetzt bekommen wir bestimmt voll auf Phrase. mit der Morph-Axe jetzt, weil ich die noch gar nicht gespielt habe. Wird aber echt Zeit. Wir müssen echt mal ein bisschen was anderes spielen. Buchen wir auch mal. Dann müsste ich auch mal ein bisschen hochleveln. Irgendwas. Haha. Die Arena. Ist das dein Scheißernst? Oh nein. Also doch. Oh nein. Na fantastisch. Warum denn in der Arena jetzt? Zaun bereit in drei Minuten. Zaun? Was willst du denn jetzt? Ich hätte vielleicht auch einfach ins Trainingsding gehen können, oder? Egal. Vorrats-Truhe? Ah. Ah, okay. Blitzbomben. Da, leere Fiolen. Nee, ausrüsten muss ich die aber nicht, oder? In meinem... Oh, das ist eine Re... Scheiß doch. Die Wand weg. Ich wollte dich gerade fotografieren, Mann. Scheiße. Egal. Ähm. Weil das fehlt mir noch. Was in der Arena stattfindet stand in der Beschreibung? Habe ich jetzt so nicht verstanden. Aber egal. Habe ich übersehen wohl. Aber ich dachte es mir fast irgendwie. Aber ich habe gehofft, dass es nicht so... Egal. Auf geht's. Ist eigentlich... Passt eigentlich das von der Musik hier? Lautstärke? Schon, oder? Oh. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die hier funktioniert. Hä? Was? Cutie! Ja, Cutie! Flauschischwanzer-Tacke. Hallöchen zusammen. Oh, danke für den Raid. Was ist eine Überraschung? Hi! Nach Taraleinchen. Hallo! Nicht zu viele. Nur 15 maximal. Von Immortes her. Und Cherry! Und Marcel macht. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Schiutern... Schiuternity? Uh. Flauschischwanzer-Tacke. Ja. Kommt gerade mitten im... Autsch. Flauschkampf. Ich krieg bestimmt voll aufs Thressblatt, weil ich gerade zum ersten Mal Warfax spiele. Das ist nicht so gut. Oh, Lul. Hier kommt genau zum falschen Augenblick. Nee, eigentlich nicht. Alles cool. Aber genau jetzt, wo ich mich in den Kampf gestürzt habe. Vorhin stand ich nach oben. Nehmen wir unseren Flauschischwanz. Ja! Und fühlt meinen Flauschischwanz. Fühlt euch mal geflauschschwänzelt. Na, wie geht's euch so? Was gab's bei euch eigentlich Tolles? Warte, warte. Ich weiß es vielleicht. Ist. So heißt es noch nicht. Kann das sein? Oh mein Gott. Krieg ich aufs Maul. Kann ich meine Waffen irgendwo wechseln, sag mal? Ich wollte Monster Hunter sehen und wurde nicht enttäuscht. Ja gut. Du wirst gleich noch enttäuscht sein, so scheiße wie ich spiele. Kann ich hoch? Was ist denn das? Man kann nicht an diese... Aua! Scheiße. Schwierig. Okay. Der Zaun ist einsatzbereit. Was auch immer. Mein Gott. Nee. Ich krieg's nicht hin. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ja, üß. Ja, geil. Ich hab ein bisschen was von dem Spiel gehört. Aber kennst du auch gar nicht so sehr. Aber es ist glaube ich einfach so ein... JRPG, oder? Ein relativ typisches, oder? Okay, wow. Kacke. Ah. Ich würde gerne mal die Buffy wechseln. Mh... Mh, JRPG halt, genau. Ganz schlechte Karten. Okay. Oh, lol. Blocken kann ich mit dem Schwert aber auch nicht, ne? Scheiße. Oh. Oh, ja. Was kommt da für eine Rakete? Oh, Gott. Oh, Gott. Irgendwas ist passiert. Bits, glaube ich. It's dangerous to go alone. Take this. Danke schön, Judy. Mit 100 Bits. Und da war ein Nio irgendwo ein Bild. Glaube ich, hoffe ich. Oh, nein. Und ja, äh... An sich... Oh, Gott. Oh, ja. War das schon ne Frage? Quasi. Kann ich meine Waffe wechseln? Das wäre... Cool zu wissen eigentlich. Müsste doch irgendwie gehen, oder? Ich müsste doch irgendwie bestimmt wieder hochkommen. Das sind meine... Oder auch nicht. Vielleicht geht's aber auch nicht mal Arena. Oh, voll drauf jetzt einfach. Aua. Tetranadon gesichtet. Na toll. Na super toll. Danke. Oh, Gott. Äh, hallo? Was ist mit dem... Oh, ich bin tot. Oh, 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 oh. Hilf dir doch. Oh, Gott. Oh, oh, oh. Scheiße. Was ist das? Hilfe. Hm. Was mache ich jetzt? Was habe ich mir dabei gedacht? Was ist das hier? Hä? Achso. Ich kann die voneinander trennen. Das ist... Äh, witzig. Oh, ja. Mhm. Äh, heh, heh. Äh, heh. Hilfe. Soweit ich weiß, nur ganz oben am Start. Und da kommst du nur hoch und du stirbst. Ja, geil. Also doch. Na toll. Wo ist denn die Truhe überhaupt? Auf der anderen Seite, oder was? Hä? Wo ist das Gebiet überhaupt? Ach, toll, das ist kaputt gemacht. Danke dafür. Einfach draufholt, oder? Oh. Und der Zaun ist weg. Mhm. Ja, ja. Tolle Bus. Wo kommst du denn her? Ich müsste ein... Weifern wird... Irgendwie schaffen, dass wir... Ja, danke. Danke. Genau das. Ja, man. Gerade sah ich's. Perfekt. Äh. Damit habe ich eine Chance. Oh, yeah. Komm. Komm her. Okay. Na, das ist doch was. Hm. Ja. So wollen wir's. Perfekt. Einfach drauf sammeln. Ja. Ich seh nichts. Halt gar nichts. Hier sind irgendwo Materialien. Die sammle ich jetzt erst mal ein. Cool. Mhm. Wir schaffen das schon. Wee. Nightbot? Hä, wieso Nightbot? Ist das dein erstes Mal zu Hunter was zu spielst? Nein. Scheiße. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig auf den Chat einzugehen. So sorry dafür. Muss ja natürlich hier echt aufpassen gerade. Ich bin mal weg. Flaus-Schwarzbrüder, wenn du sagst, zu uns. Blumsen wird sind fast mit. Und das ist noch ein Plätze. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich meld mich sonst. Ähm. Aber danke für die Einladung auf jeden Fall. Mal gucken. Mal gucken. Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne, erholsame Nacht. Und schön, dass du da warst. Auf jeden Fall vielen Dank für den Raid. Und fühl dich ganz doll. Mh. Geflauschelt von meinem Flauschel. Gecko-Flauscherschwanz. Schwanz-Schwester. Okay, meine Waffe ist stumpf. Und bis bald. Äh, okay. Ich muss gucken, ich muss gucken. Schlürfig. Ah, falscher Zeitpunkt. Oh, no. Ist komplett richtig. Muss schärfen. Ja, ja. Zeitpunkt. Oh Gott, mein Schuss. Das hat mich jetzt nicht gewirkt. Na, ja. Das ist toll. Denk bei behinderster Zeitpunkt zum Waffeschärfen. Gehst du von mir weg, sag mal. Ich hab keine Zeit für dich. Hörst du auf jetzt? Jetzt kommt er noch. Hey, sag mal. Jetzt aber. Jetzt kommt der große Fettsack. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Na also. Dann kannst du ja weitergehen. Der gibt doch einfach ein Fels. Was soll denn das? Spielst du jetzt? Jo, einfach rein. Oh nice. Mhm. Verdammt. Wie schnell wird die stumpf, die Scheiße. Ey, die können doch beide nicht mehr so lange leben, oder? Ja. Der eine ist fast tot. Zum Glück. Wer eigentlich? Der große da. Jo, kommt jetzt richtig. Bist du jetzt tot? Nein. Hm. Maximale Aura. Noch ein Raid? Was? Oh, warte, warte, Moment. Muss hier grad ein bisschen... Kuni, das ist ja Kuni. Ja, Hallöchen. Ach was. Ich war ein bisschen... Ich hab ein bisschen bei dir gehört gehabt. Ich war ein bisschen da. Nein, Hallöchen jetzt nicht willkommen. Habt ihr das Spiel durchgespielt? Oh, ich glaub der Erste ist tot. Ach so, was ist das erlebt, sehr schön. Warum greift ich ihn weiter an? Bin ich behindert? Köni, Hallöchen. Jetzt warte ich nicht gleich. Okay, den Ersten hätten wir ja schon mal. Oder ich lüge dich einfach jetzt, weil ich's kann. Ein Kapitel kommt noch, okay. Oh mein Gott. Scheiße. Aber das Spiel sieht schon ganz knuffig aus, soweit. Oh, wow. Ja, darf ich mal looten, oder? Wer, der frisst mich ja. Komplett dumm? Ja, okay, dann lassen wir das. Ich dachte, ich bin mal mit meinem Käfer weg. Oh, ja. Mhm. Ist das Monster gerade die Spawn? Danke dafür. Egal. Uh, uh, uh. Jetzt einfach rein. Oder auch nicht. Toll. Kommt schon. Es ist fast tot. Wir haben's fast. Ja, na toll. Ich weiß nicht, ob wir da für genug Zeit haben. Und Hallöchen, sassy. Einen wunderschönen guten Abend an Alexander Hallöchen. Ist gerade ein bisschen schwierig, ne? Wegen Monsterkampf. Muss ein bisschen aufpassen. Aber schön, dass ihr alle da seid, auf jeden Fall. Oh, scheiße, scheiße. Okay. Jetzt aber. Habe ich gerade eine Fury noch rein? Was ist passiert? Ich muss die Morphax noch ein bisschen lernen. Aber. Ja. Genau, deswegen. Ich kämpfe noch manchmal ein bisschen unberäufig mit ihr, ne? Oh, Miene, hi. Oh, nein. Was wird das, wenn's fertig ist? Oh, nein. Lässt du mich vielleicht los? Zeit für den Trank. Alter, scheiße. Komm, es ist fast tot. Man sieht's auf der Karte sogar. Kann ja nicht angehen. Ist mir egal. Oh, das gibt's doch nicht nur mit einem fetten Bauch. Ja, mach's noch mal. Genau. Nein. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Oh, Blitzbomben, sehr gut. Oh, Blitzbomben, sehr gut. Oh, Blitzbomben, sehr gut. Oh, Blitzbomben. Ja, genau so. Hm. Wir haben's. Alter. Ach was. Krass. Ich hab's geschafft mit meiner Morph-Ax. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich bin nicht einmal gestorben. Hätte ich nicht erwartet. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Oha. Ich hab die jetzt zuerst mal gespielt. Also zumindest außerhalb der Demo und so. Und in diesem Spiel halt. Ach du Scheiße. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und Sassi. Mimi, Flora und Quy. Danke für den Follow. Herzlich willkommen bei der Gecko-Belle. Oi, oi, oi. Jetzt kann ich mal ein bisschen gucken hier. Hm. Genau. Genau. Ist nicht mein erstes Monster Hunter gewesen. Sondern Monster Hunter auf der PSP. Freedom Unite war mein erstes. Danach noch Monster Hunter 2. Und ein bisschen Monster Hunter World. Ähm. Ich weiß, was da passt. Vergessen? Ne. Ich glaub nicht. Doch, Generations Ultimate noch ein bisschen. Gigi, danke schön. Sehr gut, danke, danke. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Bin selbst überrascht, dass ich es geschafft habe. Beide zu erlegen. Hast du denn eine Main-Waffe? Ja, meine Main-Waffe sind eigentlich die Doppelklingen. Genau. Genau, genau. Äh, jo. Sehr schön. Nice Sache, das. Das war das. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken. Ich geh jetzt erstmal wieder zurück auf die Doppelklingen. Ich spiel Doppelklingen und Bogen gerne. Das sind so meine Waffen eigentlich. Und eigentlich wollte ich eben noch die Morph-Axt erlernen. Das wär ganz cool. Oder vielleicht mal eine Waffe, die blockt. Ach was, ihr braucht schon blocken. Nee, Bogen. Was gibt's denn da Schönes jetzt? Hm, hm. Eisbogen? Hm? Ich wollte Eisbogen machen, echt? Ach, ich weiß ja nicht. Hm, was ist denn hier? Chaosbogen. Die ist ganz nice eigentlich. Ist auch echt stark und so. Na, ich weiß ja nicht. Gerade auch so, äh, Giftklingen wäre, glaube ich, auch ganz cool. Aber der Schärfe gerade ist halt echt scheiße. Na ja, passt, 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 passt. Genau, die hab ich ja. 90 und Wasser. Okay. Königs-Doot-Roll, hä? Okay, da kämen noch Stärken. Hm. Ich könnte ja mal, ich könnte ja mal machen. Was wäre das denn? Knochen? Ja, kein Problem. Machen wir. Mhm. Ja, mach mal direkt ausrüsten hier. So. Ähm, Ausrüstung passt jetzt auch erstmal. Ich guck jetzt nicht weiter. Passt schon, passt schon. Ich seh ganz cool aus eigentlich. Gefällt mir schon ganz gut. Und, ja. Recht nice ist jetzt drauf. Das passt jetzt erstmal, denke ich. Wie sieht's denn hier aus? Passt. Dann machen wir direkt die nächste Quest. Stufe 4, ja. So, die ersten sind ja Hauptquests. Das sind jetzt eben neue Monster. Da müssen wir mal ein bisschen schauen. Die vorige, ein Rathian. Oh, Mann, ey, wie geil. Und Barrioth. Oh, der ist auch so cool. Den gab's, glaub ich, schon in Freedom Unite. Doch. Der ist ziemlich cool. So unerkannt. Ähm, ja. Sandebene, Flutwald, Lava-Höhlen. Oh, das wär, glaub ich, ne neue Map, oder? Und ein Poké-Poké. Ja, richtig. Im Flutwald. Ein giftiges Unterfangen. Ja, Gift kann ich ja absolut nicht leiden. Ich bräuchte Giftresistenz. Ganz ehrlich, das ist der größte Müll. Oh, nein, ey. Alles andere geht eigentlich. Auch mit... Ich bräuchte... Obwohl, Lähmung ist kacke. Die kommen so am häufigsten, oder? Oder die sind zumindest am bescheuertsten. Lähmung und Gift. Eigentlich bräuchte man darauf Resistenzen. Das wär echt ganz cool. Soll ich geh' ich da hin? Hm. Was soll ich als nächstes machen? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich direkt hier anfangen? Was ist eigentlich... Ich mach' mal... Schlaf ist scheiße. Ich muss echt meine Rüstung gerade checken. Wie war das? Wo kann ich die checken? Feuer, Wasser, Donner, Eis, Drache. Achso. Oh, Gift... Giftwiderstand gab's gar nicht? Moment, was? Hä? Doch, hier wär's dann drin, oder? Nicht? Gab es hier nicht einen Giftwiderstand? Ach, keine Ahnung. Die beste Quest macht die doch. Stimmt, das ist ja die beste. Betäubungswiderstand. Genau, hier. Feuerangriff, Objektverlängerung, manche. Feuer, Wasser, Donner. Eis, minus acht. Was? Ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Passt schon. Und ich hab' jetzt Wasser. Gucken wir mal. Wasserwiderstand. Minus drei. Ganz toll. Feuer. Ja, okay. Feuer und Wasser passt doch. Okay. Sollen wir die beste Quest machen? Okay, machen wir. Komm. Klingt lustig. Die beste Quest. Mein Papa ist der Beste und ich will die besten Handschuhe für ihn machen. Mama sagt, Rachnoid-Garn ist das Beste. Also, kannst du ein paar für mich jagen und mir das Garn bringen? Das wäre das Beste. Nachdenkliches Mädchen. Mhm. Ja, auf geht's. Let's go. Schauen wir doch mal. Oh, Tara, hab ich dich schon begrüßt? Hallöchen, übrigens. Weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Kaltes Blau und flammendes Rote Lava-Höhlen. Neue Map. Alles klar. Das wird interessant. Nice Atmosphäre mit der Musik, oder? Absolut. 3, 2, 1, Jerry. Hallöchen. Dank für den Follower. Herzlich Willkommen. Oh, wie geil. Erinnert mich ein bisschen an den Todesberg aus Breath of the Wild. Faszinierend. Direkt am... Äh... Am Fuße des Vulkans. Wie geil. Ich bin gespannt. Mhm, 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 mhm. Brandnuss. Äh? Oh, was hier? Achso. Spinnennetz. Okay. Ich muss hier durch, oder wie? Oh, hi. Dich kennen wir ja. Das war das. Ich löke hier gerade ein bisschen. Das ist vollkommen okay. Viel Spaß. Himmel. Kochen. Es war einmal ein Drax, was sich jetzt schlafen legt. Gute Nacht. Gute Nacht, Drax. Schlaf gut. Das war aber eine schöne Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Träumen, was Flauschiges. Ja, wer von euch spielt auch Monster Hunter Rise? Oder generell? Hat jemand schon mal von euch Monster Hunter gespielt? Mhm. Und wenn ja, was sind eure Main Waffen so? Das ist immer ganz interessant. Guck mal, da unten ist auch noch eine Echse. Hab dich mal an der Switch. Oh! Hä? Also das ist schade. Willst du dir noch alle zulegen? Die Switch ist halt schon geil. Das ist schade. Die hat sich doch tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob ich von dir... Ich glaube, du bist schon was, was ich kenne. Steinechse. Ähm. Das bin ich. Was soll ich jetzt sagen? Die hat sich jetzt schon zu einer meiner liebsten Konsolen gemausert. Und auf jeden Fall zu meiner Hauptplattform. Ich spiele mit ihr so, 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 so oft eigentlich täglich. Das ist schon krass. Eine Relikt! Oh! Ja, guten Tag. Mhm. Wenn ihr mal da draußen meine Forschung fortsetzen mag, wagt euch in die Strandhöhle. Dort sollte die Antwort liegen. Okay. Einnahmische Wesen? Was? Wie? Was? Äh? Echo-Siegler? Ah, ja. Habe ich komplett gesehen. Nicht. Näh? Aha. Direkt ein Relikt gefunden. Mhm. Ähm. Genau. Switch. Genau. Wie gesagt. Hat sich zu meiner Lieblingskonsole irgendwie gemausert. Ganz interessant. Neben der Gamecube. Irgendwie ist noch die Gamecube. Obwohl ich mit ihr noch so wenig gespielt habe. Und auch echt noch einen sehr, sehr großen Teil an Spielen nachzuholen habe. Äh, ist sie trotzdem auch einer meiner liebsten Konsolen. Weil, äh, es ist die siebte Konsolen-Gen. Ne? Ne, die sechste. Ne, die siebte. Scheiße. Auf jeden Fall diese Gen. So PS2, Gamecube und Xbox. Eins. Damals noch. Ist einfach auch meine liebste Gen. Da kamen halt so unglaublich geile Games raus, ja. Und allein auch, was die Gamecube einfach kann und so weiter und so fort. Ist das halt, zusammen mit der Switch, sind das meine liebsten Konsolen. Ehrlich gesagt. Ja. Huh. Und vorrangig kaufe ich wirklich eher auf der Switch ein. Tatsächlich. So, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich ein Spiel für PS4, Xbox One oder Switch holen wollen würde, liegt meine erste Prio immer auf der Switch. Das ist immer ganz interessant. Dann gucke ich natürlich, wie läuft's technisch. So zum Beispiel irgendwelche Ports oder so. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Aber meistens. Hol ich's mir auf der Switch dann. So. Äh, ich hab Monster Hunter. Ähm. Okay. Hab mein Monster Hunter Ultimate gezockt. Bin damit null zurechtgekommen. Ja gut. Ja, es ist auch schwierig. So die älteren Monster Hunter Teile sind schwierig reinzukommen. Es ist einfach so. Dafür waren die auch einfach immer bekannt, dass Monster Hunter sehr sperrig ist. Sperrig. Sperrisch. Sperrig. Sperrisch. Ähm. Und dann kam Monster Hunter World. Das einsteigerfreundlichste Monster Hunter. Ja. Und zählt auch einfach zur... Ja, ist einfach New Monster Hunter. Weil einfach so viel geändert wurde eben, dass es sehr viel einfacher zu verstehen ist und viel einsteigerfreundlicher ist. Damit haben ja auch viele angefangen. Und Rise gehört zu dieser New Reihe. Zum Monster Hunter World Reihe quasi. Spare Ribs, genau. Es ist sehr Spare Ribs. Oh, geil. Das hat mich bei World auch abgeschreckt. Dieses, man nimmt dich zu sehr an der Hand. Und gleichzeitig hat mich noch sehr viel anderes geschirrt. Egal. Mh. Insektengläfe. Ja, Dark, du spielst Insektengläfe. Das weiß ich. Das ist auch eine echt interessante, coole Waffe. Nur eben nicht meine. Ich hab Monster Hunter World gespielt, aber weil ich da niemanden kannte, hab ich nicht viel gespielt. Ja gut. Ja gut. Ja, nee. Das war für mich nicht das Problem. Mir hat einfach World nicht gefallen. Da bin ich eher der Typ, der ältere Monster Hunter Teile spielt. Und Rise ist einfach ein perfekter Misch aus World und den alten Teilen, finde ich. Das wurde so viel gebessert und angepasst. Das ist ziemlich geil. Generations Ultimate spiel ich aber noch gern auf der Switch. Zwischendurch auch so. Ich bin noch, ich bin trotzdem, bin ja der Typ, der mit den alten aufgewachsen ist. So, das geht schon. Die spiel ich noch gern. Aber man merkt schon hart, wenn man erstmal Rise in der Weile gezockt hat, dann wieder zu einem alten geht. Ja, das ist ein bisschen, hmm. Spare Ribs. Vielleicht irgendwann mal, wenn mal Geld für über ist. Aber momentan reicht mir PlayStation. Welche denn? Hast du schon die Play C5? Bist du einer der wenigen glücklichen? Oder zackst du noch auf PS4? Mann, der Hunter Rise ist toll und macht richtig Spaß. Absolut. Was war, was war deine Mainwaffe eigentlich nochmal Taktiker? Moment. Ich hab's, warte, Moment. Irgendeiner von euch hatte ja auch, glaub ich, die Morphax, oder nicht? Moment. Was warst du denn nochmal? Ah, scheiße. Steht da. Hab ich's überlesen? Moment. Oh, da. Gleich drunter. Ne, toll. Meine, was, jetzt lese ich schon schön der Reihe nach. Äh, Waffels, Schwert und Schild. Und seit neuestem Bogen. Ah ja, genau, du warst der mit den Standards quasi. Schwert, Schild und Bogen. Sehr gut, sehr gut. Bogen macht aber auch echt Spaß. Vor allem auch hier wieder richtig schön agil. Mhm. Schon nice. Die Map ist cool übrigens. Und wir gehen nicht wirklich. Hi. Oh, hi there. Außerdem liebe ich das fucking Foto-Feature hier in Ryze. Das hat so ein Pokémon-Snapflow einfach. Du willst die ganze Zeit dein Lexikon füllen mit Fotos. Das ist so cool. Das macht so viel Spaß. Hi. Wer bist du, Hübsches? Hi. Guck mal rüber. Ja, ja. Ja, das ist doch. Das ist, das nehmen wir. Danke. Und was bist du? Wer bist du? Wieso? Wow. Okay. Erstmal beobachten. Was machst du? Okay. Ah ja. Ähm. Ich hab noch ein bisschen Angst vor dir. Okay. Ah, ne Lücke. Verstehe. Wie hübsch bist du. Dich kenn ich noch gar nicht. Aha. Erstmal mit meinem Dämonen-Tanz hier rein, was natürlich ein Fehler ist. Aber ist mir egal. Kann man mal machen. Oh, Eis. Das ist ein Eis an... Oh, da ist das Wasser. Ich hab keine Ahnung, wer oder was du scheiße bist. Warum tue ich das? Äh? Ach du scheiße. Nutzt den Energietrank. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, das hätte mich fast eingeschläfert. Ich verstehe. Du hast also mehrere Sachen drauf. Du blödes Viech. Und was hab ich gerade drin? Die Wasser klingt? Toll. Aber die Musik ist ja mal geil. Wie hübsch es ist. Ich sollte auch hin. Habe ich gerade auch das in den Dämonen-Tanz aktiviert? Auch okay. Explosionen? Was kann das Ding denn noch alles? Scheiße. Okay. Das kam mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Was ist das jetzt? Wie es schwimmt. Es ist voll süß eigentlich. Und das haut einfach ab. Das ist okay. Äh, Aurora? Hallo? Wo bist du? Aurora? Hallo? Danke. Und das ist halt geil. Das ist ja auch ein schönes neues Feature, dass man so auf den... Die Palamuts allgemein, ne? Die Hunde sind neu. Dass man dann auf den reiten kann, ist halt schön. Mh... Ich hab's aber mal eine kostenlose Probe ausprobiert. Bin gescheitert. Ähm. Blubberchen, meinst du jetzt Monster on the Rise? Gut, das ist aber auch nicht einfach. Und in der Capcom macht das auch sehr gerne, dass sie die Monster in der Demo stärker machen. Das ist ein bisschen gemein. Vor allem, was immer das Boss-Monster angeht. Machen sie... Ich weiß gar nicht mehr, fünfmal so stark oder so. Das ist echt fies. Machen sie sehr gerne. Na toll. Jo, ich muss echt ein bisschen gucken. Und nach Zaga-Leinchen spielt... Final Fantasy 14, ne? Auch nicht schlecht. Was macht denn diese Stacheln? Oh, sehr gut. Ich könnt' ja mal versuchen. Hallo, hab ich eigentlich... Was ist denn hier los? Ich hab' ihn. Perfekt. Wai, Fangred. Ich hab' dich. Du hübsches Ding, du. Jetzt weiß ich nicht, wohin mit dir. Egal. Einfach gegen die Wand. Mhm. Gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das hat schön Damage gemacht. Passt schon. Jetzt können wir nochmal mit dem Dämonentanz rein. Passt. Hm. Ja. Da brüllt es mich einfach weg, du. So ein Brüll-Affe. Da kann ich mich ja nur ein bisschen heilen. Das ist auch okay. Oh, was machst du denn da? Oh, ich glaub' dieser... Dieser Nebel. Dieses Gedöns. Ist wahrscheinlich eher einschläfernd. Okay. Da trau' ich mich was. Musik ist geil. Schade. Hm, toll. Hm. Egal. Man sieht aber, dass ich, ne? Mit dem Doppelkling schon viel besser klarkomme. Oh, hi. Oh, das gibt's doch nicht. Ups. Oh, Leute. Das mich das nicht getroffen hat? Einfach mal rein sammeln hier. Oh, oh. Da komm' ich aber zurück. Was machst du denn da jetzt? Was machst du denn da jetzt? Ich treffe jetzt schon. Passt schon. Oh, scheiße. Ich dachte, das wäre besiegt. Einfach nur gebrochene Teile. Das ist auch okay. Hui. Hey, packst du deine Waffen weg jetzt? Zoom nach Kant. Ja, okay. Ah, natürlich ist es das Schläfermonster-Ding. Das haben wir doch als Quest noch. Interessant. Cool, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht halb tot, scheinbar. PS4 gibt noch gar keine neuen, äh, gibt doch gar keine Games für die neuen Konsolen, die mich interessieren. Ja, ist so. Ist so. Und die meisten sind eh nur Ports und Remakes. Jetzt möchte man auch nochmal der Last of Us Remake, warum? Er gibt keinen Sinn, das stimmt schon. Und die gibt's sowieso, grad im Moment, schlecht zu bekommen. Schlecht zu bekommen. Da kommt man eh schlecht her im Moment. Yo. Was machst du denn da? Hübsch ist es. Vor allem, wie es schwimmt. Ist halt so süß. Ernsthaft? Es hat mich grad geblitzt, Dings, oder was? Zack. Hui. Oh, meine Waffe ist richtig im Arsch, gerade. Mhm. Vielleicht wollte ich mich hier sogar treffen lassen. Wollte ich nicht. Aber wird's schneiden, wenn nicht schlecht. Dafür ist Zeit. Da ist die Lücke. Hm. Ein zweiter Tag von Ghost of Tsushima ist ziemlich wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und wer schon... Wurde es sogar nicht fast schon angekündigt, so ziemlich. Es ist ja wahrscheinlich. Und ja, das war ein sau, sau geiles Spiel. Das zählt zu einem meiner Lieblingsgames. Das haben wir gestreamt gehabt und ich hab's auch, ähm, direkt platiniert gehabt. Ich hab's auf 100% gespielt. Ähm. Was auch immer, das jetzt sollte, du blödes Viech. Ich liebe Ghost of Tsushima, ey. Das ist so geil. Boah, die Musik hier toll. Gib mir das mal. Na toll, das hat mich ja nicht. Kannst du bald sterben. Egal. Es ist tot. Geil. Geil. Geiler Kampf. Und man sieht, wie gut ich mit dem Doppelkling klarkomme, oder? Ja, es werden immer meine Main-Waffen bleiben. Es ist einfach so. Und das hat mich damals so angestinkt. Deutsch. Äh, dass die in Monster Hunter Try einfach raus waren. Die gab's da nicht. Hat mich das angekotzt gehabt. Alter. Das war gar nicht mal so lustig. Aber danach waren sie ja wieder da. Und davor auch. Aber ausgerechnet in Try waren sie weg. Aber Try hat eh einiges Neues ausprobiert gehabt. Kann man ja auch machen. Zum Beispiel, da gab's ja die Unterwasserkämpfe. Die waren geil. Die vermisse ich ein bisschen, ehrlich gesagt. War ziemlich nice. Und was sie aber auch gemacht haben. Und das fand ich auch wieder kacke. Sie haben ja die Phileins. Oder halt die Paliko. Die Paliko ersetzt gegen Chacha. Diesen Eichelschädel. Den mochte keiner. Wie konnten sie nur? Ist auch wirklich gut, dass der nicht mehr vorkam dann sonst. Haben sie ja dann wieder bei den nächsten Teilen wieder rausgehauen. Also mit Try haben sie echt vieles ausprobiert. Vieles war gar nicht mal so gut. Gigi, danke schön. War ein nicer Kampf. Hat Spaß gemacht. Aber keiner kommt gegen meine Doppelklinge. Oh mein Gottes Willen. Ja, an alle Neuen, die jetzt hier sind. Ihr könnt ja Kanalpunkte sammeln. Und mit den Kanalpunkten, könnt ihr mal ein bisschen da reinschauen. Könnt ihr zum Beispiel Sounds triggern. Zum Beispiel, wie Itachi gerade. Hallöchen Itachi. Oder mir, ähm, gegebenenfalls sogar Controller-Handicaps geben. Das ist auch ganz lustig. Mann, ey. Drache, Niederz. Ah, okay, okay. Gut. Mal ein bisschen die Mäppchen aufdecken, ne. So. Ach, schau. Da, wo wir jetzt hingehen, taucht sowieso gleich nochmal ein Monster auf. Ach, da ist es eh durchdicht. Oh, ich glaube, wir haben es kurz gesehen. Da war so ein Wasserrausch. Ah, hier. Ja, fast alle hier mögen den Polio-Sound. Der ist ja auch cute, ne. So, bist du das wiejenige welche? Ja, du bist es. Hi, wer bist du denn? Was bist du denn? Say cheese. Das ist fascinating. Wir machen das so. Ich will dich ganz drauf haben. Äh, sogar mit Augen zu jetzt. Wie geil. Ja, gut. Das ist auch geil. Danke. Das war... Oh. Oh, ist es so ein Gürteltier? Oh, okay. Mhm. Erst mal gucken, was es... Na toll, wenn man den Lava dap, dann brennt man ja. Was soll denn die Scheiße? Was? Okay. Es peitscht mit seiner Zunge. Verstehe. Aber ansonsten handelt es sich ja wie der Bär. Und, äh... Ja, gut. Wird schon machbar sein. Ih! Oh, welche Gestank sind manche Objekte nützlos? Benutzt Deo. Hast du mir gerade gesagt, ich stinke! Okay. Verstehe. Du alter Pupsknödel... Knödel... Knödel... Fisch... Scheiße. Okay, ich hab ihn ein bisschen unterscherzt, tatsächlich. Der kann doch noch mehr. Hier, Deo. Doch, ah! Warte, ich muss mal kurz... ...das Kleine da erledigen. Oh, es hat ihn gelegt! Ich muss hin! Was macht es da? Schlafen? Was ist mit ihm jetzt? Was ist mit dir jetzt schon wieder los? Hab dich! Oh, yeah! Clips sind hier übrigens auch gerne gesehen. Ne, ihr dürft auch lustige oder gute Sachen klippen. Und auch hier posten. Sind erlaubt. Was ist denn das für eine Pfurzbeule? Pfurzknödel! Pfurzknödel! Dich, mach ich fertig! Und Hallöchen, Mai Mai, hab dich schon gesehen! Ha! Hi! Gecko steht da. Pups, du steht selbst da, Pups! So, danke. Du schlägst da, Mai Mai, Pups! Warte, was, die kann man kurz... Ernsthaft? Du kannst auch sowas Mieses? Spinst du jetzt komplett? Ich mach mich schottisch! Oh, es haut ab. Toll. Langenweiler. Hä? Einziges Spiel, wovor ich Collectors Edition... Collectors von Ghost of Tsushima? Ist es das mit der Maske? Konntest du da nicht die Maske haben? Saugeil! Saugeil! Ne, ich hab nur die normale. Das ganz normale Spiel. Trotzdem. Ist halt... Ey, ja, hat sich echt... Als sie meine Lieblingsgames-Gamer aus hat. Auf jeden Fall. Hm. Ey, es sieht voll geil aus hier. Bist du schon fast tot? Nein. Wäre ja langweilig. Warum sind das brennende Spinnen? Weiß nicht. Einfach mal Foto machen, ne? Was? Was? Ist das Feuerding? Was schwirrt da um ihn herum? Hä? Okay. Na toll. Oh, Mann. Egal, passt schon. Ich muss nur ein bisschen aufpassen jetzt. Na toll. Was macht es da? Ach, die Zungenpeitsche paralysiert wahrscheinlich. Oh, ein kleiner Furzknügel. Was? 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 Was war das jetzt? Das wollte ich ja gar nicht. Geh jetzt da rein. Und mach das da. Jetzt einmal drauf sammeln. Ich stehe einfach in Lava, passt schon. Hab ja ein bisschen Feuerresistenz auch. Ich würde dich gerne reiten, du blödes Fisch. So, das gehört mir. Zack. Ja, weder das oder du stirbst jetzt einfach mal gleich weg. Okay, wow. Okay. Okay, wow. Wenn ich Glück habe? Sehr gut. Genau das. Oha. Wenn hier einer rumpeitscht, dann bin ich das mit meinem Schwanz. Was? Das mit der Maske sauger. Tara geht schlafen, glaube ich. Moment. Oh, voll schwierig, ey. So ein Viech-Caps gerade. Werden wir doch etwas weiter wandern. Wünscht doch viel Spaß und gute Nacht. Gute Nacht, Tara. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Und dann bin ich hier noch einen wunderschönen Abend für dich geflauscht. Und bis zum nächsten Mal. Das war das. Jetzt ist es fast tot. Sehr gut. Hey, easy. Cool. Es geht so 10. Ach, weißt du was? Wir nehmen den Weg. Decken dann noch ein bisschen die Map auf. Außerdem haben wir hier eh noch ein bisschen was zu tun. Diese Dinger müssen wir snacken. Die sehen immer noch aus wie die Headcrabs aus Half-Life, oder? Ganz ehrlich. Wir müssen mal Half-Life streamen. Rachnoide. Ist witzigerweise auch ein Nebengefest. Daher, hey. Bin verwirrt, weil ich auch sehr oft Tara genannt werde. Achjo. Ja, nein. Ich meinte damit, äh, Tara halt. Made Tara. Ich hab hier nur die Vorsilbe schon voll vergessen. Ähm. Ich glaub, Nachtara. Dich nenn ich Nachtara. Oder halt einfach wirklich Nachtara-Landchen, weil das einfach cute ist. Ich liebe Nachtara. Ich mein, hey. Ich hab Nachtara-Hoodie und Nachtara-Oansie. In Shiny. Ich liebe Shiny Nachtara. Headcrabs sind fast HD. Ja, richtig. Was heißt hier fast HD? HD ist das. Nur nicht Full HD. Wobei. Weiß ich grad gar nicht die Auflösung eigentlich. Ist es nicht auch gleichzeitig ne dynamische? Weiß gar nicht die Specs von Monstern. Aber HD ist es mindestens. Aber dann natürlich klar, dass du erst mal verwirrt bist. Wenn plötzlich alle gute Nachtara schreiben. So. Joa, das ist das. Gehen wir hier mal weiter. Genau, gehen wir hier raus. Was ist das? Die Höhle und alles. Das erinnert mich ein bisschen an... Hab die Karte vergessen. Quasi die Anfangskarte aus Freedom United. Nur halt, dass das ein Schnee-Biom war und hier Feuer. Was sind das jetzt hier? Wie komm ich denn jetzt? Biom vor allem. Ja, kann man schon so sagen. Wie komm ich denn jetzt zu? Hier muss ich da hoch? Bevor du dich da komplett erholst? Das will ich ja nicht, ne? Wär ja dumm. Wo geht's denn da hin? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er da unten ist. Was? Das Ding hat mehrere Etagen? Achso, wir sind wieder hier. Ah, okay. Ja, da ist er ja schon. Was machst du denn da? Ich glaub nicht, dass dir Wasser so gut tut, oder? Hm. Noch ein Dämonentanz rein. Ja, passt schon. Oha, er hat mich erwischt. Au, 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 verdammt. Danke für die Rettung, das war eng. Hm-mm. Ich dachte, die Switch hat so eine komische eigene Fast-HD-Anzahl und im Handheld-Modus dann 27. Also Handheld 27, das ist richtig. Auch nicht an das Spiellebnis. Ansonsten, die Switch kann Full-HD, so ist es nicht. Es kommt einfach aufs Spiel drauf an. Wenige haben Full-HD. Viele haben einfach auch eine dynamische Auflösung, die meistens auf 900p gehen. Zelda Breath of the Wild ist, glaub ich, auch 900p rum. Sowas halt, ne? Aber einige laufen schon auf Full-HD. Süßer nicht. Oh, hi. Das war's. Das war das. Sehr gut. Oha, dass sich das Pferd nichts bricht. Welches Pferd? Meinst du den Hund? Aua, geht's noch? Meinst du meinen Palamut? Das ist ein Hund. Oh nein, hier gibt's zum Glück keinen Fallschaden. Oh nein, du kleiner... Vollspacken-Mongo, jetzt bin ich vergiftet. Ich hasse diese Dinger. Stimmt doch, einfach weg jetzt. Das ist da explodiert. Das mit den 900 war's. Genau, genau. Und wie gesagt, kommt einfach auch aufs Spiel drauf an. Bei Monstern, da weiß ich's echt nicht, wie sie's eigentlich da handhaben. Könnte auch so ne 900er sein. Sieht aber dauerhaft stabil aus. Ich seh auch nicht, dass sich irgendwo vielleicht was ändert. Hat's ne dynamische? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist egal. Es sieht unglaublich hübsch aus auf der Switch. Das halt auf jeden Fall. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Spiel. Ja, ich glaub, ein bisschen dynamisch ist schon. Ist egal. Ich dachte, es wär ein Pferd. Ja! Hm. Ja. Passiert ja. Nee, ist n'la Wuffels. Oh, Monster-Fossil. Uh. Safirin-Knorren. Okay. Hm. Äh, achso, ja. Die großen Monster sind erlegt. Sehr gut. Das ging schon wieder. Überraschend einfach. Hm. Hm. E-git. So. Was kommt hier Schönes raus? Lebensirrletze. Die brauch ich jetzt auch nicht mehr. Hm, 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 hm. Hm, wie viel Zeit ist da noch? Oh, wir haben echt viel Zeit hier verbracht. Ui. Ich muss jetzt gucken, dass ich den Rest töte. Echt? Wir sind hier schon so lang. Oh, Juwelen, denk sie. Sehr gut. Hab ich einfach gehört. Okay. Was hast du gehört? Hä? Hä? Wenigstens fährt hier die Zeit noch auf. Joa, meistens. Schu... Meistens gucke ich da mal drauf. Öfters mal. Joa. Oh nein, ich bin voll. Oh nein. Oh nö. Oh, das ist ja nervig. Was ist denn das jetzt hier? Hm. Ja, scheiß auf die Feuernuss. Ja. So ist austauschen. Okay, zack. Ja. Bin ich aber halt auch schon ein bisschen gewohnt, ne? Von Monster Hunter einfach. Ich guck da schon ab und zu drauf. Aber das Spiel sagt dir das ja auch sonst in den letzten 10 Minuten. Habe ich... Achso, habe ich einfach gehört? Achso. Ja, ja. Ja. Du sagst, es ist einfach. Oder ist es jetzt doch wieder schwer? Nee, es ist irgendwie... Sobald ich meine Doppelklingen draußen habe. Schwierig. Ich bin nicht mal in der Arena gestorben. Überleg mal. Nicht mal da bin ich einmal draufgegangen. Mit der Morph-Axt. Da hatte ich zwei große Gegner im Nacken. Hm. Ich... Hm. Das ist sehr interessant. Es ist trotzdem ein bisschen einfacher. Man merkt das schon. Es ist halt wirklich so ein Misch aus World. Was einfacher war. Und das in allen Teilen. Weil sobald man dann nämlich nebenher ein bisschen Monster Hunter Generations Ultimate spielt. Ja. Da bin ich ein bisschen öfter... Da gehe ich ein bisschen öfter drauf. Interessanterweise. Vielleicht, weil es auch ein bisschen sperriger ist. I don't know. Aber irgendwie... Da zerlegen mich größere Monster dann doch ein bisschen mehr. Was echt interessant ist. Hm. Und das auch so bei drei Sterne oder so. Keine Ahnung. Das ist faszinierend. Das ist ein bisschen schwieriger irgendwie. Die hatten glaube ich ein bisschen mehr aus oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich zerlege hier alles so gut. Aufpassen muss ich trotzdem. Logisch. So ist das... Was soll die Scheiß jetzt? So ist es ja nicht. Muss schon gucken. Aufpassen. Konzentriert kämpfen. Aber sonst... Es geht noch. Ich stürme ja auch nicht sofort rein. Ich beobachte ja auch das Monster erst mal. Was macht das denn für ein Scheiß? Und dann stürme ich rein. Du bist immer noch voll. Ich bin voll? Ja, ich bin voll. Ich bin immer voll. Ich sammle einfach nichts mehr. Passt schon. Wir machen jetzt den Schmarrn da noch fertig. Was bist du? Bist du neu? Was bist du? Was bist du denn? Hi. Oh mein Gott. Alter. Ich habe vergessen. Das Knistern einfach da ist. Ich glaube, es hackt. Ist ja auch ein Schrecksau. Natürlich ist ja laut. Oh Gott. Warum tust du das? Okay, das sieht lustig aus. Was bist du? Hä? Hä? Was ist gerade da nach hinten? Wo ist es hin? Was? Was wird denn das, als fertig ist? Ach schau. Liste, kleiner Monster aktualisiert. Fantastisch. Hm? Oh, Rocktor. Mhm. Hast du mich jetzt erschreckt? Ja, frag mich mal. Alter, Alter. Das macht jemand mit Absicht. Erschreckt mich immer gerne. Was ist denn das immer? Hm. Spreng los. Tschüss. Oh, Rocktor-Schuppe. Danke. Gucken wir mal, ne? Situation war zu gut. Ist richtig. Ich hab auch absolut nicht mehr dran gedacht. Mann, Mann, Mann. So, pass auf. Mhm. Ja, gut. Man muss aber auch schon dazu sagen, wahrscheinlich, das macht's halt schon auch aus, du bist hier wirklich viel, viel agiler unterwegs, ne? Als in den alten Monster-Dateien. Du hast deine Seilkäfer einfach. Du kannst jetzt sofort wieder aufstehen und aus dem Kampf irgendwie Manöver machen und so'n Scheiß. Dazu noch die, ähm, ähm, Kampfstile mit Luftkampf und so'n Kack. Also, gut. Also, es ist halt auch wirklich durch die Gegebenheiten auch wirklich dadurch schon einfacher. Durchs Movement. Ergibt ja auch irgendwo Sinn einfach dann. Ja. Jetzt verbleibende Zeit, zehn Minuten. Danke, weiß ich. Wir haben sie ja gleich. Das ist kein Ding. Wir können da was drehen, dass es schwerer wird. Das wird, glaub ich, noch schwer. Ich denk, der Magnamalo wird nicht so einfach. Mit Sicherheit nicht. Ähm. Wie bin ich hierher gekommen? Dann reiten wir hier hin? Glaub ich. Hä? Wow! Ich weiß, ich... Verdammt, Erz, welches ich brauche. Feuerkraut. Äh, passt schon. Gib mir das. Das ist Macherlid, Erz. Danke, das ist wichtig. Ich brauche das. Das ist eh so selten. Was ist jetzt das? Ist der Stream hängen geblieben? Was war das? Ich hoffe, der Scheiß. Erstmal hier. Schwurbelt die Bubs. Mhm. Jetzt stürb halt weg. So, und eins noch. Dann haben wir's. Was ist denn da drüben? Versenktes Erz? Kohle? Kohle, 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 Kohle. Hi. Dämone-Tanz! Yeah! Boah, Alter! Mega unnötig. War wohl ein geiler Finisher. Scheiße. Wir haben's geschafft. Ja, moin. Schöne Sachen. Hm. Da waren wir jetzt echt lang unterwegs auf der Quest. Hm, hm. In HD sehen echt fies aus. Vollis. Ja, richtig. Absolut. Sie haben circa 40 Minuten für die beste Quest gebraucht. Ja, ne? Schon auch dämlich. Naja, weil ich halt echt gerne die Nebenmonster jage auch. Und die Karte haben wir ein bisschen aufgedeckt, ne? Naja, was auch immer. Geht schon, geht schon. Passt schon. Passiert. Quest noch geschafft. Ja, klar. Quest成功! Er legt sich einfach hin. Hm, 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 hm. Sehr gut. Sehr gut. Aha. Da ploppen erst mal 5 Milliarden Dinge auf rechts. Ganz toll. Danke für deine Hilfe. Schon wieder. Ja. Wuff. Hm, hm. Jetzt habe ich dieses Drachenid-Erz. Großer Schuriken. Hm, okay. Bitteschön. Du bist meine Rettung. Guka, dank dir auch. Jetzt kann ich die Idee weiterarbeiten. Wie ist das? Gebt mir Bescheid, ja? Hm, hm. Okay. Kann ich das jetzt bei ihm ausrüsten, oder wie ist das? Hm? Der Schirm ist auch eine Waffe. Was ist das denn? Mit eisenverstärkter Schildschirm für... Ja. Palemuts halt für Angriff und Verteidigung geeignet. Das ist ja faszinierend. Mehrfachtreffer. Ja. Massiver Schuriken mit voller Wucht geworfen kann. Monster zu Hackfleisch für... bla 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 bleiben. Und Rollen. Hm. Die alle in der Nähe heilt. Ah, schau. Die Stufe ist... Okay. Nee. Palemuts verbirgt sie... Achso, okay, nein. Oh cool, explosiv. Hä, wir können ihm mal das hier geben? Moment, hä? Achso, okay, yo. Cool. Ja, passt schon sonst. Yay. Kommt alles mal rüber hier. Dann ordnen. So. Sehr gut. Ob er Seilkäfer für uns hat? Nee, ne? Nee. Gucken wir mal. Hier vorbei? Aber hier ist irgendwie nie was wirklich. Ja gut, Fassbomben und so. Wäre ganz witzig. Aber, hm. Beschichtungen, ja, dies, das. Hm. Auch das Dorf ist halt so unfassbar schön. Einfach nur. Ich liebe es. Wer sitzt denn da? Hallo? Ikari, der Seemann. Puh, Zeit, meine Kallen zu schärfen. Ja. Einfach schön. So, wir müssen noch welche machen. Weiter geht's. Oder? Dann gucken wir hier erstmal noch. Elektrizität. Lähmung. Auch ganz cool eigentlich. Schwappelhaut. Okay. Das sind einfach nur starke Klingen, oder wie? Mit nichts. Keine Slots. Ah. So ein Erkanntbaum. Oh, wie geil. Die sehen ja krass aus jetzt. Okay. Nicht schlecht. Warum ist ganz rechts noch ein Fragezeichen? Hm. Da ist noch was. Ich bin gespannt, was da noch so alles hinkommt, ehrlich gesagt. So, so. Welche habe ich gerade drin? Bin ich bescheuert? Wer ist? Ich habe die Wasserklingen drin. Ich könnte ja die mit Gift mal nehmen. Das ist vielleicht witzig. Weil es... Achso, war für Schmieden direkt. Ey, warum? Warum soll ich denn das machen? Achso. Hä? Achso, schmieden oder verbessern. Quasi egal, ne? Aus den... Aus den Kamura klingen sich das jetzt. Ja, nee. Verbessern, hä? Ja, ich wüsste mal aus. Klar, warum nicht? Warum ist denn das... Warum ist der Wrogi... Warum ist der noch gesperrt? Mano. Mano. Despac... Oh, nein. 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 Nein! Nein, Dark, nein. Despacito, okay. Nein. Du hast mich kaputt gemacht. Jetzt schon. Oh, Mann. Nein. Nein. Das ist ja schrecklich. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Hm. Oh. Cool. Mhm. Danke. Ab den ja in Lebensquesten. Ja, ja. Mach du mal das. Ja, dann passt schon. Mhm. Und dann machen wir hier weiter. So heiß. Das Eisen schmilzt. Weißt du, was ich mache jetzt? Das hier. Auf Zutatenrettungsmissionen, weil das irgendwie eine Quest hier ist. Von irgendwo im Dorf, oder was? Sechs... Ach ja! Dango-Zutaten mal wieder. Och, Mensch. Hey, dann bekommen wir neue Dangos. Das müssen wir machen. Zutatenrettungsmissionen. Auf geht's, Leute. Ich war nachts auf dem Weg durch die Lava-Höhlen und auf einmal war da dieses gruselige Brüllen. In meiner Panik habe ich all meine Zutaten fallen lassen und trau mich nicht zurück. Ah, gehst du für mich? Okay. Machen wir. Gar kein Thema. Es hat die Krabi-Schred-Krotte. Was für ein der Scheiß... Ja, passt. Das ist einfach nur eine Sammel-Quest. Da muss ich mich jetzt nicht hardcore vorbereiten. Ich habe sie mir auch selbst kaputt gemacht. Gut so. Das geht doch nicht. Was trinke ich denn hier für ein Müll? Ich habe auch nichts anderes gerade da. Aber ich habe Geister. Legendares Kraut. Okay. Hm. Fragezeichen-Monster. Was Großes Neues. Hm-hm. Hm-hm-hm-hm-hm. Hm. Hm. Gucken wir mal, was das ist, oder? Wir sind eh noch nach rechts. Feuerkraut. Hm. Was macht denn dieser Baum hier? Ist das ein Sakura-Baum? Ey, Moment. Was macht denn dieser Baum hier? Warum blüht der? Sind das Pfirsichbäume? Was passiert hier? Warum blühen die am... Wo ist hier eines Vulkans? Ist das irgendwie schön? Aber why? Ist da vielleicht was oben? Oh Gott. Äh, ja. Götterkäfer. Hm. Aha, also doch. Sehr gut. So. Tag 17. Botanische und zoologische Studien haben nicht offenbart, wie die Biota in solch einer Umwelt überleben. Ja, genau dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt. Wie überlebt dieser Baum hier? Oh, hoch. Sehr gut. Ich habe... Ich habe Durst. Nimmt sich ein Geistfruchtgummi. Ja. Ich habe gehört. Aua. Geister helfen gegen Durst. Nicht? War das nicht so ähnlich? Hallöchen, Hallidog-Player. Hallöchen. Moin. Munderschuhe. Guten Abend. Schön, dich zu sehen. Alles fit? Lass mal hier. Guck mal, der ist ganz in der Nähe. Ich bin gespannt, was du jetzt bist. Hallo? Hallo, da. Ein fliegender Fels. Toll. Auch das ist die erwachsene Version von den Kleinen hier, wa? Oh, oh, nein, nein, nein. Oh, toll. Oh, das ist kein geiles Foto von dir. Mach's nochmal. Ach so, ist auch okay. Oh, ich weiß ja nicht. Tschüss. Der hat Lust. Das war ein Dessen. Brutt er mich einfach an und geht dann. Hä? Wer ist denn Dessen? Biota. Nichts ist unmöglich. Toyota. Sehr gut. Nichts ist unmöglich. Biota. Okay, das war gut. Hm, hm, hm. Bei mir alles fit, bei euch so. Ach, ja. Ja. Joa, weiß ich nicht. Gab's schon mal bessere Tage. Und fit? Das ist halb eins. Joa. Ein bisschen, ne? Sein Gesicht ist lustig. Warum mach ich jetzt schon? Oh, meine Fresse. Okay, jetzt wird's lustig. Ich hab auch die vollkommen falsche Waffe mit. Dachte ich mir auch fast schon. Ich hab's mir einfach ein bisschen schwerer jetzt gemacht mit dem Giftkling. Ist auch voll okay. Und dann ist der Kack halt einfach noch richtig versch... Deinert. Oh, nein. Nicht so ein Vieh. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Okay, okay, okay. Feuerfurz, okay. Da werden Bogen jetzt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Erst mal ein bisschen beobachten, was der so macht, ne? Ich komm mit meinen Kafften gar nicht durch. Schaufler. Ja, richtig. Obst, doch die schlafen einfach weiter. So eine Schwachstelle ist schon der Bauch. Okay, Leute. Äh, wo bin ich? Wait, ich bin vergiftet? Wieso bin ich denn jetzt vergiftet? Was? Habe ich mich selbst vergiftet? Kann mich meine eigene Waffe vergiften? Moment. Ist dem so? Toxin. Ja, aber das hat er doch gar nicht gemacht. Oder bin ich besoffen? Das ist jetzt eine Frage an euch. Kann mich meine eigene Waffe vergiften? Eigentlich nicht, oder? Das wäre ja merkwürdig. Dann nehme ich keine Giftwaffen mehr. Nein. Eigentlich schon nicht, oder? Das wäre doch dämlich. Du bist besoffen. Das sowieso. Hat es echt irgendwie noch Gift rausgehauen? Aus seinen Beindrüsen, oder was? Guck mal, das hat er nämlich noch an den Beinen irgendwas. Blödes Missvieh. Der kann verbrennen und vergiften. Ja, das ist mies. Das habe ich nicht erwartet. Guck mal, er ist vergiftet. Er kann einfach beides. Und er kriegt Damage. Schulkin. Schulkin. Schul... Schul... Nee, sind der Kunai. Nicht Schulkin. So, rein hier. 1, 2. Bleib mal da jetzt. Den machen wir alle. Den machen wir kekos. Hä? Hm? Was soll denn das jetzt? Ist doch Blitz. Nein. Nein. Das war das halt absolut nicht. Ah, wait. Versteine der seinen Bauch manchmal? Jetzt ist er gar nicht offen, oder was? Nur sein Bein. Ach, krass. Na, wow. Da kommst du nicht rein? Neul. Ah, nur wenn er glüht. Okay. Oh, Lul. Oh nein, was habe ich getan? Oh, shit. Oh, shit. Warum... Nein, trink nicht das. Hör auf damit. Scheiße. Hm. Okay. Mhm. Oh. Oh. Das war eng. Oh. Was macht denn er jetzt mit der Rollwurst? Was ist denn das jetzt? Schlaf auch noch? Nicht dein scheißernst. Was kannst du noch alles? Was ist das für ein Hybrid? Bei der Hybrid-Drache. Scheiße. Aha. Da muss ich öfters mal meine Waffe wegstecken, du. Oh Mann. Was machst du jetzt wieder? Einfach rein. Ah, toll. Einfach mal so ein bisschen von oben, ne? Und ich hab dich. Lol, ich hab dich. Nicht dein scheiß Ernst. Umso besser. Na dann, jetzt komm mal her. Ich hab da hinten ein schönes Monsterchen gesehen. Äh. Ist das richtig? Ist das richtig? Ist er bei mir? Ja. Komm runter jetzt. Lauf. Das ist Kudel mit Flügeln. Echt so. Stimmt. Stimmt. Voll gut. Vorsicht, die Zeit so. Hm. Oh, ist doch schon angenehm warm. Oh. You see me rolling. Desto heißer er wird, desto weicher wird er. Ist das eigentlich nicht andersherum? Was? Wer ist? Ich krieg hier nicht mehr. Ich krieg hier nicht mal mehr zum Ange... Oh, Leute, auch gerade noch so. Oh, war das knapp. Habt ihr die Zeit gesehen? Ja, cool. Darf ich nochmal? Hallo? Okay, war. Wenn ich jetzt dich kriege, dann wäre das witzig. Oh, es haut ab. Hauen die gerade beide ab? Was ist denn mit euch? Mann, ich wollte jetzt dich benutzen... ...um den anderen fertig zu machen. Scheiße, egal. Das war doch schon mal eine Action. Ist irgendeiner von denen tot? Nein, natürlich nicht. Alter, der geht zu elf. Der ist ja richtig weit weg. Hm, okay. Hm. 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 Egal. Ich wollte jetzt das Gürteltier vorreiten, aber naja. Lassen wir das. Hallo, Großer. Ist nicht dieses Gürteltier eigentlich eher Gürteltier? Weiß nicht. Weil's so ausbricht, ne? Ich verstehe schon. Meine Waffe ist unscharf. Wieso nur, wenn ich die ganze Zeit gegen Steine kloppe? Was fress' ich da? Ration ist auch okay. Gift. Find ich gut. Weil... Ernsthaft? Wie hast'n du mich jetzt erwischt? Soll ich jetzt komplett pflaxen? Er bricht wieder aus. Ja, ich nehm' mal'n Schluck. Wollbydon ist eher Sander. Naja, stimmt eigentlich. Das ärgert mich, dass ich so wenig Tränke hab' eigentlich. Ja, durch seine Attacken, ja dachte ich mir schon. Ja klar, wegen den Ausbrüchen und so. Ich versteh' schon. Mach doch mal da jetzt einfach! Toll! Ja, grün mich nicht so voll. Vielleicht doch nicht einfach rein? Nein. Nein, kann ich nicht. Vergessen wir das? Ich hab zwar ein bisschen Feuerresistenz, aber das geht dann einfach auch nicht. Ja, das war okay. Toll. Toll. Der macht mich echt fertig. Merkt ihr das? Schon wieder was Neues. Hey, ja, Moko, heil mich mal. Und ist das heilen? Das ist nicht heilen. Oh! Trommel mal schneller, Mann! Ja, und die ganzen Items einnehmen geht auch wesentlich schneller als damals. Das ist halt auch nochmal so ne Sache. Das ist aber völlig gut. Er haut ab zu neun, okay. Das ist in Ordnung. Hilfe! Da muss ich mich ja richtig anstrengen, jetzt bei dem. Der ist nicht ohne. Dann ohne. Geh mal hier hoch. Hm. Ich brauch mehr Erle zu. Noch mehr. Ich brauch halt vor allem Leben. Ich brauch vor allem Kraut. Ich brauch vor allem Honig, da unten. Mhm. Soll der es nicht herstellen? Kraut. Tränke. Cool. Der ist nicht einfach. Kripper-HD. Er ist halt sehr gepanzert. Da muss ich, bei ihm muss ich wirklich gut aufpassen gerade. Endlich mal ein bisschen, ne? Der ist nicht so einfach. Ja, jetzt da. Das ist doch schon mal, das ist doch gut. Hm. Ein bisschen hochstufen hier alles. Wie ist der? Der ist unter mir. Geronimo. Wow. Wow. Mein Donkey fällt einfach in die Lava. Was kann der ab? Okay, das ist auch gut. Was ist denn des? Ein Grudon. Ohne Alert. Doch. Danke, dass ich bei dieser tollen Gecko-Gilde dabei sein darf. Nein. Und somit schönen Abend an alle Herz. An alle Herz. Welche Herzen? Hallöchen, Grudon. Und ich danke dir, dass du so lange bei uns bist. Ganz ehrlich. Ne? Hi, Große. Hey, hey, hey. Dann morgen wieder mal. Und Dankeschön auf jeden Fall für 29 Monate Stufe 2. Dankeschön. Wirklich. Was ist denn des? Wo ist er? Oder? Doch, wo ist er? Hallöchen, willkommen im Lurk. Viel Spaß im Lurk. Wir haben leider kein Lurk-Alert. Könnte ich auch mal einführen, ne? Braucht er jetzt schon wieder ab? Was ist denn mit ihm? Ich bin schon ein ganzes Leben... Ja. Ich wollte es fast dazu sagen, weißt du? Ich habe es dann doch gelassen. Ja, aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich. Nur weil wir verwandt sind und du ein ganzes Leben bei mir schon bist, ist es ja nicht selbstverständlich, dass du meine Streams und alles mitverfolgst. Weißt du, wie ich meine? Und mich dahin trotzdem supportest. Das ist ja trotzdem nicht selbstverständlich. Deswegen trotzdem vielen lieben Dank. Wirklich, ne? Ich muss auch ein bisschen auf Quest-Zeit gucken, aber den würde ich echt gerne erleden. Erledigen! Sprachenlern-Bubble! Erlegen! Echt, du streamst wann denn? Weiß ich nicht. Ich streame? Moment. Hä, ich spiele doch nur Monster Hunter. Warte, hä? Ja! Was mache ich denn da jetzt? Was habe ich gerade? Fleisch hingelegt. Danke dafür. Hey, Vitalitäts-Wespe. Na, danke, du Schwangerschaftsstreifen. Was? Habe ich schon mal gesagt, dass ich ihn hasse? Ich mag gepanzerte Viecher nicht. Die haben so wenig Schwachstellen, Mann. Spinnstube jetzt ganz komplett, oder was? Er rollt einfach ins Wasser. Hm, was hat mich denn jetzt erwischt? Familie muss zusammenhalten? Ja, schon, schon. Schon. Das heißt ja nicht, dass du meine Hobbys oder Leidenschaften unterstützen musst. Da hat er, das ist ja nicht, musst du ja da nicht unbedingt was mit Familie zusammenhalten zu tun haben. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Das könnte dich auch absolut nicht interessieren, das Streamen. Ja, und dann, ne? Würdest du mich ja da halten, gehen wir auch nicht, also, weiß ich mal, jetzt an der Stelle finanziell unterstützen. Deswegen, deswegen einfach, wirklich, wirklich, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ja, hier haben wir halt das selbe Hobbit, das ist richtig. Das kommt halt lustigerweise jetzt eben da dazu. So, ich muss ein bisschen aufpassen, bin vergiftet, passiert öfters, bin heute ein bisschen giftig drauf, ne? Ist die Wespe wieder da? Nö, warum auch? Oh, er ist fast tot, sehe ich. Den brauchen wir nur noch rein, Nudelholzen. Wenn wir die Gelegenheit bekommen. Du zockst Red Dead Online, ach so. Wait, was? Das heißt, ja gut, du hast ja noch PS4, äh, PS Plus, ne? Du nutzt es halt jetzt einfach ein bisschen. Wie kamst du dazu? Wegen Gun? Wieso zockst du jetzt Red Dead Online? Mega interessant. Was treibst du da Tolles? Und wie ist es so? Ich kenne nur das Alte von Red Dead Redemption 1. Ich habe generell Red Dead Redemption 2 noch überhaupt nicht angefasst. Könnte ich auch mal irgendwann machen, aber im Moment. Ich brauche, ich brauche diesen Reiz dazu. Ich brauche diesen... Ich muss auf Wild West Feeling sein einfach. Keine Ahnung. Und gerade Red Dead Redemption 2 ist sehr groß und lang. Ähm, ja. Möchte ich einfach die Zeit für haben, so. Irgendwann mal, wenn ich Bock drauf habe. Da will ich richtig Lust drauf haben, einfach. So, besiegen wir ihn mal. Nehmen wir noch einen Trank. Und dann geht's los. Direkt rein. In den Dämonen-Modus hier. Ein bisschen klopfen von oben. Dann schwänzelt er mich hier weg. Das ist vollkommen okay. Und dann hier so. Hm. Keine Ahnung, was er jetzt wieder vorhat. Mein Waffe ist stumm. Hm. Oh, erlegt. Nice. Nice. Ich nehme zurück, dass es schwer war. Man musste nur ein bisschen mehr aufpassen, aber sonst... Hä? Hm. Ja, gut. Gut. Ist der jetzt auch wieder hinüber? Okay. Es kommt immer so plötzlich. So plötzlich liegen die halt. So, tschüss, ich bin tot. Hm. Gut gemacht. Dankeschön. Ja, man muss halt immer nur gucken, ne? Schwachstellen, ausfüllen, machen und dann rein. Und ja. Bisschen Tränke schlucken. Passt. Hm. Hm. Es ist schwer, wenn es für ihn einfach ist. Was? Es ist schwer, wenn es für ihn einfacher ist. Richtig. Ich mag Gift und so. Also, der hatte fiese Sachen drauf, ne? Aber so, ja, geht schon. Ach, keine Ahnung. War okay. War ein bisschen schwerer. Aber geht. Alter, mal ein bisschen aufpassen. Hm. Ich musste mich halt jetzt viel heilen, aber sonst. Wenn man nicht blind drauf holzt, ne? Wenn man so ein bisschen neben dem Monster ist. Nur reinsammelt, wenn die Lücke auf ist, dann geht das voll klar. Echt so. Ich, äh, komm auch nicht mehr ganz mit. So, dann wollen wir doch mal. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nee, ich mach einfach die Quest. Na, können wir ein bisschen labern hier. Das Plus geht noch bis September. Ja, cool. Dann hat der Online-zockt ein Arbeitskollege von mir und der hat mir das gezeigt. Ach, Leute. Seitdem zockt wir das zusammen. Ja, ah, ja. Hoi. Voll cool, voll cool. Warum nicht? Kann man machen. Ja. Glückswesen gefunden. Uh. Da. Äh, hä? Danke. Könnten ja auch mal wieder Monster Hunter Generations zocken. Ich glaub, du bist jetzt mit Red Dead. Oh, beschäftigt. Ähm. Ist schon nice, aber du musst halt echt alles beobachten. Zum Beispiel dein Pferd pflegen und alles. Echt? Pferd pflegen. War das im ersten Teil? Ich glaube nämlich nicht. Ja, und sonst beobachten? Ja, schon. Ist eine normalerweise lebendige Wild-West-Dings. Ist ganz cool. Im ersten Teil war es ganz cool online. War richtig cool. Hm. Online ist schwerer als Singular. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es ist eigentlich fast schon logisch, weil es halt einfach... Weil es einfach ein bisschen anders ist. Auch, weil es einfach schon direkte Spieler sind. Die agieren ja immer anders als NPCs. Logisch. Wenn die dich wecken... Nach dem Natzen ist halt vorbei. Aber sonst... Ja, cool. Mission machen wir hier. Ja, cool, cool. Tränke schlucken. Gekko, bist du jetzt auch süchtig? Die Arme dargleitet heute noch an Spätfolgen. Mit Defense Drops ist echt nicht zu sparen. Warte, warte. Ja. Ich gehöre jetzt auch zu den Tränkesüchtigen. Sie sind einfach so lecker, weißt du. Ich konnte dich widerstehen. Tschüss, Doggy. So, da vorne noch. Das Rutschen macht Spaß. Und deine Switch kam an. Du hast gar nicht berichtet darüber. Du hast mir allgemein nicht mehr geantwortet, tatsächlich. Kann sie wieder docken? Sau geil. Echt? Speicherkarte musstest du tatsächlich formatieren? Das ist interessant. Hast du irgendwie was dazu bekommen? So, irgendwie einen Grund? Hast du irgendwie einen Zettel oder irgendwas bekommen, was geändert wurde? Oder halt repariert wurde? Weißt du da Bescheid? Das wäre ganz interessant. Vielleicht wurde echt einfach tatsächlich die Platine ausgewechselt. Schade. Dann hat es eine andere Nummer. Andere, hier, Geräte-ID quasi. Schade. Ja, das ist natürlich dumm, ne? Und fertig. Aber immerhin, Alter, du hast sie wieder, funktioniert wieder. Geil. Geil, mit der Lave im Hintergrund. Das ist sehr, sehr gut. Hast du wieder deine Switch? Als nächstes Monsantarise, oder? Hast du das schon bestellt? Das holst du dir doch auch, hast du gemeint, ne? Wäre schon geil. Jetzt kommt der erst mal, ne, Leute? Oh Gott. In zwei Wochen schon. Ähm, Neo-Pokémon-Snap? Das wird auch ein sehr schönes Spiel, glaube ich. Alles nehmen. So. Perfekt. Glücksnuss-Dango kann jetzt bestellt werden. Cool, cool, cool. So, hier sind wir wieder. Hm, hm, hm. Ah ja, stimmt. Codron muss ja wieder Schwertschild spielen. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Wenn du auf, wenn du auf Garantie gehst, bekommst du keine Infos. Das ist mega dumm. Dann wird Monsantarise bestellt. Geil. Ja, nice. Sehr, sehr cool. Alles klar, cw.